Für alle, die gerne wissen, was die Uhr geschlagen hat, ja für die hat Xiaomi wieder etwas Neues im Angebot und wenn du wissen möchtest, was das ist, ja dann bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal, cool, dass du wieder mit dabei bist. Nun, was ist mir aufgefallen? Mediamarkt und Saturn haben die Xiaomi Mi Watch im Angebot und irgendwie ist das wohl niemandem aufgefallen und damit kommt die Uhr endlich zu uns nach Deutschland. Übrigens, wenn dir solche Videos gefallen, abonnier und kostenfrei den Kanal, setzt die Glocke und verpasst auch in Zukunft nichts mehr aus dem Bereich Technik. Nun, im vergangenen Jahr hat Xiaomi in China die Mi Watch vorgestellt und einige haben sich diese Uhr bereits hier rüber zu uns importieren lassen, aber jetzt könnt ihr das Ganze ganz offiziell bei Mediamarkt und Saturn kaufen, bzw. sie haben es online gestellt und mir ist es aufgefallen, Grund genug, dieses Video zu machen. Ich bin stolzer Träger des Mi Band 5 und weiß ganz genau, was Xiaomi mit Uhren alles hinbekommt und hier bekommen wir eine Smartwatch, die nicht nur multifunktionell ist, sondern dazu noch gut aussieht. Kommen wir aber zu den Specs und die sind definitiv interessant bei der Xiaomi Mi Watch. Ihr habt hier ein 1,39 Zoll großes AMOLED Display, das ihr logischerweise mit der Touch-Funktion nutzen könnt. Darüber hinaus gibt es nochmal zwei Knöpfe an der Seite zur Navigation oder ihr installiert einfach auf eurem Smartphone die Mi App und schon könnt ihr mit eurem Smartphone die Uhr individualisieren und damit anpassen, so wie es euch am besten gefällt. Dazu gehört natürlich auch das Ziffernblatt. Ihr könnt die Sportmodi auswählen, die euch am wichtigsten sind. Ihr könnt sie aber auch über die Uhr oder über die App auswerten. Darüber habt ihr auch die Möglichkeit, soziale Netzwerke und WhatsApp zu nutzen, sprich, euch Benachrichtigungen anzeigen zu lassen oder die Anrufe können auch darüber eingehen bzw. angenommen werden. Außerdem haben wir eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Tagen und ich bin ganz ehrlich, das Mi Band 5 trägt mich noch länger als die angegebenen Daten von Xiaomi. Also hoffe ich auch hier, dass wir die Mi Watch noch länger als die 16 Tage nutzen können. Sie ist ein perfekter Daily Driver, denn zum einen ist sie klassisch gehalten in dem Schwarz, das uns angeboten wird. Übrigens könnt ihr hier auch nochmal die Bänder abnehmen und durch andere knallige Farben ersetzen, aber ihr könnt diese Uhr auch beim Sport nutzen. Ich freue mich auf die Mi Watch und es wird Zeit, dass sie endlich hier bei uns ankommt, denn ich werde sie mir definitiv greifen, testen und hier auf meinem Kanal nochmal vorstellen. Also bleibt mit dabei, für 120 Euro gibt es zur Zeit wohl kaum etwas Besseres. Habt ihr andere Uhren, die ihr gerne nutzt, schreibt es gerne hier unten in die Kommentare und wir tauschen uns aus. Vielleicht habt ihr noch einen Sleeper mit dabei, bei dem man sagt, hey, die Uhr müsst ihr definitiv getestet haben. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.